Willkommen Freunde, es geht mal wieder weiter mit einer neuen Folge Ghost Recon Breakpoint. Super cool, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sollen Walkers Plan vereiteln. Das bedeutet, wir sollen den Virus hochladen. Dazu müssen wir in seine Basis. Ich bin schon mal hierhin geflogen. Dort ist das Objekt unserer Begierde irgendwo. Ich glaube hier irgendwo sollte der Turm sein. Vielleicht auch hier. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall dahin. Schauen wir mal. Und Walker, wenn wir Glück haben, ist auch hier. Dann können wir ihn direkt mit wegknipsen. Und haben dann unsere Waffenbrüder gerecht. Aber ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt erstmal hier reinzukommen. Dafür lege ich erstmal ein paar Leute um. Ich kann sie so schwer erkennen. Wenn die vorne im anderen Fahrzeug stehen. So, jetzt aber. Das sind schon mal zwei weniger. Ich suche den Sendekontrollraum. Dafür werde ich aber versuchen, hier ein paar Leute umzulegen. Auf jeden Fall den Alarmbäu hier vorn. Ich versuche jetzt mal ein paar Minuten. Oh ja. Den Alarm hat keiner Bock drauf Klar, ich habe hier schon alle markiert Es sind nicht so viele Gegner Alarm ist abgesagt Fliegen wir ran Komm hier hinter Ach der ist down Hmm Er geht nicht über den Müllberg, hat er keinen Bock drauf. Wo ist er denn jetzt hin? Hier war doch gerade einer. Oder habe ich mich so verguckt? Habe ich mich wohl verguckt. Ich traue mich nicht, weil ich nicht weiß, wo der genau ist. Man hört immer nur diese... Ich wollte gerade sagen, man hört immer nur die Fußstapfen, aber man sieht nie einen. Das ist echt zum Heulen manchmal. Ich bin sicher, ich hatte gerade noch einen Scharfschützen gesehen. Da haben wir ihn doch. Zu weit weg. Zu weit weg. Und eine hässliche Drohne. Zwei Scharfschützen sogar. Zwei Scharfschützen sogar. Zwei Scharfschützen. Zwei Scharfschützen. Zwei Scharfschmerz. Die Drohne müssen wir ja nicht unbedingt aufschrecken. Wenn wir es schaffen, uns irgendwie an der vorbeizudrücken, wäre schon ziemlich geil. Ja, oder wir holen die uns hier zuletzt. Ich habe auch nicht so einen Stress mit. Sniper down. Ach, hier vorne. Schön. Rein hier in die Bude. Aber nicht hier. Schauen wir mal, wo ein Eingang ist. Ich hatte jetzt nicht darauf geachtet. Hier? Der Behemoth scheint der Schlüssel zu seinem Zugang zum Kontrollraum zu erlangen. Ich werde ihn ausschalten müssen. Ja, super. Voll gut. Voll super gut. Na, dann holen wir uns aber erst alle Soldaten. Weil sonst ist hier echt Alarm und da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich bin da, dann weiß ich das nicht. Und da hat er... Ja, da ist nichts. Ich bin da. Ich bin da, dann wahrscheinlich auch nicht schon ein Problem. Aber jetzt muss ich mir da sein. Ich bin da... Aber ich bin da. Aber ich bin da... Ich bin da. Ich bin da. Da. Ich bin... Da. Ich bin da. War ja so klar, dass sie sich beide in dieselbe Richtung wieder bewegen. So, jetzt können wir. So, wird ein Plan raus. Ein Kistchen, auch nicht schlecht. So, wir holen uns die Dokumente. Vielleicht können wir von hier oben ja den einen oder anderen weghauen. So, wir holen uns jetzt schon. So, wir holen uns jetzt mal rein. So, wir holen uns jetzt mal rein. Wer macht denn hier Alarm? Keiner, ihr Lutscher. So, wir holen uns jetzt mal rein. 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 Wokas Tagebuch. Nummer 3. Nummer 3. Die Waffenkiste. Ach je, das ist immer dieser Schalldämpfer. Wie ihr seht, ich lasse mir ein bisschen Zeit, mache das ganz gemütlich. Ach je, das ist immer dieser Schalldämpfer. Okay, ist das auf der anderen Seite? Echt jetzt? Okay. 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 Dann gehen wir mal rüber. Okay. 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 Ich bin doch nicht bescheuert und wie geht es hier raus, ey. Jetzt hat er uns gesehen. Ja, richtig. Boah, wie mache ich es denn jetzt, ey? Ich komme ja gar nicht raus. Der zerlegt mich doch sofort. Ich habe ja zwölf Prozent mehr Schaden auf Drohnen mit meiner Knarre. Deswegen balle ich doch mal einfach drauf. Oder? Ist doch ganz gut. So ein bisschen bis zu aggro, ja? Oh, 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 oh. Da reicht die Munition ja nie. Haha, genau. Hinter diese Flaggenmast. Ich habe nur Munition. Nope Zwei Magazine noch Gott sei Dank sind wir in einem unzerstörbaren Haus Tut's weh? Ich geh lieber vom Fenster weg Man weiß nie Diesem Spiel trau ich alles zu Naja dann nehmen wir mal das Scharfschützengewehr Ja ich habe mal das Scharfschützengewehr Was ist das? drückt es dir rein jung drückt ihr rein kann ich nicht kann nicht mit der beknackten patzerfosser ausschießen und wieder ran ich bin zu faul ins menü zu gehen und das mg rauszuholen glaubt ihr das hat er noch ist doch schon quasi tot jetzt bleibt auch stehen und stirbt in der drecksmaschine danke dass ich immer so anstrengen muss so munition hier unten sammeln wir den schrott ein schon wieder 241 schuss hammer so dalle jetzt holen wir uns die kiste ist nix dickes ne laden wir den scheiß hoch und wenn wir gerade hier sind und das funktioniert irgendwie können wir direkt auch noch walker weg holen so 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 nomad weißt du ein teil von mir ist froh dass du noch lebst echt schade dass ich dich töten muss du solltest aufgeben du solltest mich besser kennen ich kenne dich überhaupt nicht mehr der walker den ich kannte hätte sowas nie gemacht seine eigenen leute töten ich habe versucht es dir zu erklären du hast kein gespür dafür wie die zukunft sein könnte nomad es ist nicht zu spät schließ dich mir an und meine soldaten ich musste meinen freund töten du zwingst mich dasselbe zu tun es ist nicht zu spät oh 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 wie viele sinds wie viele sinds bevor wir hier in den krieg ziehen muss ich die waffe wechseln das gehe ja gar nicht anders danke und ja sicher oh wo kommt die auf einmal her du bist in bewegung du bist tot jetzt gleich mein freund du bist tot jetzt gleich mein freund alles klar du affe was ein assi oh haben wir vielleicht einen guten punkt aber das ist von r da 機 her 4 4 Ganz ruhig bleiben. Die Waffe soll sinken. Stirb! Yes! Oh, Matt. Oh, Matt. Das Wunderland. Es wird trotzdem kommen. Der heiße Teil von Bolivien. Wer ist da? Leck mich am Arsch. Nur wenn wir danach kuscheln. Sieh mal an. Du bist wohl Nomad. Walker. Wir zwei... Ja, wir waren doch im selben Trainingslager. Ich war im Fallschirmzug. Wir waren sowas wie Nachbarn. Genau. Mit dem Typ von den Rettungsspringern, oder? Aufklärungsbataillon. War eine gute Zeit. Tja, ich hätte noch mehr Spaß für dich. Hier ist das Briefing. Willst du, äh, auch nen Lolli haben? Hey. Entschuldige. Der Einsatz hat kaum angefangen. Und das Oberkommando will uns schon wieder in den Nahen Osten zurückschicken. Schon wieder? Das hört einfach nicht auf. Das liegt daran, dass Krieg einfacher ist als Frieden. Der Geheimdienster da hinten, den du natürlich nie gesehen hast, der... Der glaubt an eine Vision namens Wunderland, wo Menschen nie streiten. Alles voller Regenbögen, Marshmallows und Einhörnern und so eine Scheiße, aber... Darüber reden wir später. Und Nomad, schön dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Pass auf dich auf. Klar doch. Was hat dein Wunderland aus dir gemacht? Du warst mal besser als das Walker. Okay, dokey. Das war einfach, oder? Nachdem wir uns da umverschanzt hatten. Ruck, zuck. In your face, sag ich dazu nur. Gut, wir müssen da hoch. Wo liegt er eigentlich? Walkie-talkie? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. So, wie komm ich dazu? Nehmen wir doch die Treppe. Laden wir das Virus hoch. Beenden wir den Spuk. Ich bin drin. Übertragen Sie das Virus. Verstanden. Wir senden jetzt. Wieso zur Hölle fährt das U-Boot denn auf dem Wasser und nicht unter dem Wasser? Das ist doch total biernig. Das ist ja wunderbar. Ich sag allen Bescheid. Bin unterwegs. Matt soll mir was von dem Fusel aufheben. Und nun? Abschlussbesprechung. Klar, machen wir doch gerne. Haben wir alles? Perfekt. Ab nach Arrow 1. Schätze, wir sitzen hier wohl noch im Waldchen fest, hä? Naja, wir haben verhindert, dass Walker die Drohnen von der Insel schafft. Das ist keine Lappalie. Kennen Sie dieses Wunderland? Walker sprach davon. Leute, die für ihn und Stone arbeiten, erwirken es auch. Ich habe gehört, wie Sie darüber geredet haben. Aber wirklich erklärt haben Sie es nicht. Klingt nach Lewis Carroll. Alice im Wunderland. Ja. Er hat gesagt, ich kann es nicht aufhalten. Ah, vergessen Sie es einfach, ja? Diese Inseln sind voll mit verrückten Milliardären. Leuten, die sich für Wölfe halten, Killerrobotern und privaten Militärfirmen. Aber sie sind auch noch voll mit wirklich, wirklich guten Menschen. Wir haben etwas Gutes getan und darauf können wir stolz sein. Darauf sollten wir anstoßen. Seht mal, die Vögel. Das sind keine Vögel. Wie faszinierend. Das sind ja nicht proper. Aui. Anscheinend ist Icarus nicht der Einzige, der sich in große Höhen aufschwemmt. Ihr Stone, Miles, nur weil Sie meine Rechnungen bezahlen, bin ich nicht Ihre Hure. Ich weiß nicht, wie ich Scal diesen Sektor übernehmen konnte, aber jetzt kontrolliert er ihn nicht mehr. Wie bitte? Na, dann sagen Sie Ihrem Chef mal, er soll sich nicht ins Hülschen machen. Na ja, ich bin auf der Insel und da Walker weg ist, hab ich jetzt mal das sagen. Was für ein Kostas? Wie dramatisch. Wir haben's durch. Wir haben es durch. Schauen wir nochmal rein. In unsere Einsatzzielübersicht. Jep, wir haben's soweit. Nur noch Nebenmission. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus. gettingummt. Danneln wir rijokern. Dann wird jeder Nach unten.